Viele haben mich gefragt und heute bekommt ihr die Antwort, in welcher Maschine macht es Sinn, viele Produktionsplätze zu machen. Wir haben ja eine Tierlist, die ist ganz offiziell, die könnt ihr auch einfach oben hier den Link eingeben, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Also wie viele Plätze man bei welchem Gebäude macht. Also Bäckerei, ob man da neun Plätze haben soll, Standard sind halt drei Plätze und Müll kauft die Maschine am besten gar nicht. Aber ansonsten hier vier bis neun Plätze und jetzt geht's los, hier wir starten mit der Bäckerei. Die Bäckerei ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Gebäude und natürlich eindeutig eine neun. Nicht nur, weil die Produkte schnell gehen, sondern auch, weil man richtig viele Produkte zur Auswahl hat. Und gerade auch über Nacht, gerade mit Keksen, die eine Stunde dauern, da auch dann locker die ganze Nacht durchproduzieren kann. Ganz, ganz wichtig, da neun Plätze zu haben, denn ihr müsst immer am besten in der ganzen Maschine dauerhaft produzieren können. Dann haben wir als nächstes Badkiosk. Das Badkiosk ist natürlich noch relativ neu, da kauft man noch nicht so viele Produkte. Ich würde jetzt mal auf eine solide 5 gehen, braucht man jetzt nicht unbedingt viele Plätze, aber einfach dann statt Standard einfach zwei noch dazu holen, sollte komplett ausreichen. Der Grill, auch ein wichtiges Gebäude. Da schwank ich immer zwischen acht und neun. Es ist jetzt nicht so wichtig wie die Bäckerei, aber je nachdem was man macht, schon sehr wichtig. Ich setze es jetzt mal auf acht, aber man kann auch neun machen, sagen wir es mal so. Dann zunächst den Tortenofen, da gehen die Produkte, also die dauern echt lange. Da braucht man deswegen auch nicht unbedingt neun, weil die sowieso schon von Natur aus lange dauern. Deswegen hier ist man mit acht auch sehr, sehr gut bedient. Der Kerzenmacher, ich würde ihn natürlich am liebsten in den Müll packen, aber ich weiß, dass viele von euch den auch sehr, sehr gerne spielen. Deswegen mache ich das jetzt mal nicht. Kerzenmacher dauert relativ lange. Deswegen da, wenn man wirklich auf Kerzen spielt und da was macht, muss man da eigentlich schon mindestens fünf Plätze drin haben. Der Süßigkeitenautomat, ja, den kann man eigentlich locker auf Standard lassen, weil man hat da sowas wie Gelee, Bohnen, Schokolade, Gelee, Bohnen, 24 Stunden, Schokolade, 20 Stunden. Da hat man eigentlich komplett ausgesorgt. Aber nichtsdestotrotz ist für mich eigentlich schon mindestens der Standard immer fünf bei jedem zu haben, weil Standard mit drei Plätzen kommt man da nicht so gut mit klar. Ich setze es jetzt mal auf vier, wobei eigentlich besser auf, ne, ich setze es auf fünf, weil fünf, weil man hat auch Toffee, kann hier der Apfel, wenn man die mal zwischendrin hat, braucht man schon mindestens fünf Plätze. Kaffee-Kiosk, alles geht schnell da drin, deswegen auch hier mindestens acht Plätze, besser sogar neun, deswegen gehe ich hier mal auf neun. Ja, ich werde jetzt auch mal so in der Reihenfolge sortieren, wie wichtig es ist mit den neun Plätzen, weil man kann die auch hier sortieren, deswegen Bäckerei im Moment am wichtigsten, also das ist auch so die Reihenfolge, wir die dann upgraden, müsstet. Cupcake-Maschine geht alles schnell, aber das Ding ist, man braucht so viel Zucker, Eier, Milch und sowas, ist halt auch ein bisschen schwierig. Ist schon gut, wenn man da viele Plätze drin hat, ist eher so eine Maschine fürs höhere Level, ich würde schon hier auf acht gehen, damit man da immer dauerhaft produzieren kann, aber sieben sollte da auch mindestens in Ordnung sein. Das nächste, die Molkerei, eindeutig, eines mit der, wenn nicht sogar das wichtigste Gebäude, also auf jeden Fall auch wichtiger als die Bäckerei, deswegen ganz, ganz weit oben immer was produzieren, Sahne, Butter, Käse, Ziegenkäse, ganz, ganz wichtig. Als nächstes die Fritteuse, die Fritteuse ist so ein bisschen speziell, also die Produkte gehen schnell da drin, aber sind auch ein bisschen schwieriger zu machen, deswegen die gleiche Argumentation wie bei der Cupcake-Maschine, sieben mindestens, besser wären aber halt acht und neun, weil wegen der Schnelligkeit. Donut-Maschine, mittlerweile meine Lieblingsmaschine im Spiel, weil ich sie einfach geil finde, die Donuts sind auch cool, ich meine, da ist zwar doof, dass man immer einen Standard-Donut, äh, Donut, wollte ich schon Döner sagen, für alles braucht, aber ist schon eine geile, geile Maschine, geht auch alles schnell. Weil, ähnlich wie bei Cupcake und Fritteuse, würde ich hier auf jeden Fall höher als Cupcake setzen, aber mindestens sieben Plätze sollte man das schon auf jeden Fall haben. Futtermühlen, ganz, ganz wichtig. Am Anfang würde ich immer sagen, hier fünf auf jeden Fall, damit ihr immer fünf Futter von jedem machen könnt, weil wenn ihr fünfmal Hühnerfutter macht, habt ihr 15 Futter und könnt dann immer alle Tiere füttern. Jetzt bei Hühnern wären es sechs, ich weiß, aber bei anderen Tieren immer fünf, deswegen hier mindestens fünf, besser sogar sechs. Ich mache eigentlich sogar immer sechs Plätze bei den Futtermühlen, weil es, wie Hühnerfutter halt, passt das dann genau, aber ich mache dann auch oft immer fünfmal Kuhfutter, gerade auch auf der Projekt 100 Farm, und mache dann nochmal einmal Schweinefutter dahinter, oder einmal Schaffutter, damit ich dann, wenn ich noch aktiver sein sollte, dann direkt Schweinefutter im Anschluss machen kann, dann nachschieben kann, und dann bei der nächsten Session dann alles abernten kann. Deswegen sind sechs Plätze bei der Futtermühle schon besser. Blumenladen ist natürlich auch ein heiliges Gebäude, gerade auch mit dem rustikalen Strauß, da kann man richtig gut Geld machen. Das kann man immer dauerhaft produzieren, deswegen würde ich hier schon sagen, dass man hier acht Plätze haben sollte, damit man hier immer den rustikalen Strauß machen kann, dauerhaft, weil der ist nicht schwer, der ist einfach, und auch über Nacht dann einfach immer ballern, deswegen acht Plätze sollte man da schon haben. Als nächstes haben wir den Fondue-Topf, da geht natürlich auch alles schnell, nichts über eine Stunde. Ist natürlich alles ein bisschen schwieriger zu produzieren, Schokoladenfondue, mit halt Schokolade, dann hat man wieder Olivenöl, Butter und sowas dabei. Ist schwierig, deswegen von der Schwierigkeit her würde ich sagen, fünf Plätze, aber dadurch, dass das halt alles so schnell geht, müsste man schon mindestens sieben haben, damit man immer dauerhaft produzieren kann, besser sogar acht wahrscheinlich, aber sieben Plätze sind da schon ganz in Ordnung. Karamellenladen ist natürlich auch so ein heißes Ding, schwierig zu produzieren, aber die dauern halt auch lange, die Produkte. Anderthalb-Stunde bis zwei Stunden dauern die Dinger, deswegen würde ich den hier auf fünf Plätze machen, noch vor Süßigkeitenautomat und vor Kerzenmacher, auch vor Bartkiosk wahrscheinlich, weil die Produkte gehen halt sehr gut XP und deswegen eigentlich schon wichtig, wenn man da dann mindestens fünf Plätze hat. Der Hutmacher, den benutze ich jetzt tatsächlich nicht so oft, weil, ja weiß ich nicht, der hat einfach immer irgendwas, was ich nicht habe, ob es jetzt Federn sind oder Wolle, aber eigentlich kann man die ganze Zeit immer Klotsche durchproduzieren, mit Wolle, deswegen würde ich schon sagen mindestens sechs, weil es dauert zwei Stunden, damit man da dann immer einfach Klotsche durchproduzieren kann und dann dadurch einfach Geld macht. Das ist natürlich immer je nachdem, wie viel Honig man einsammelt, deswegen würde ich hier einfach sagen, eine solide fünf, hat man eigentlich immer genug, wenn man fünf Plätze hat, das reicht vollkommen aus, wenn man dann einfach die Honigwaben da rein zieht. Hotdog-Stand ist ähnlich wie Blumenladen und Hutmacher. Hutmacher ist halt auf sechs, weil es halt länger dauert, Klotsche zu produzieren, aber deswegen würde ich den Hotdog-Stand hier auf acht machen, wegen dem, weil den kann man immer produzieren, man braucht nur Sojabohnen, Kopfsalat und Tomaten dafür und das ist auch so eine richtige Geldmaschine, ähnlich wie Rustikaler-Strauss, ähnlich wie Klotsche, ein gutes Inseratprodukt und einfach ein gutes Produkt, was man einfach dauerhaft produzieren kann und auch immer Geld dafür kriegt. Eismaschine, dauert alles lang, braucht alles Sahne, Milch und so weiter, mindestens fünf, ich würde sogar sagen, besser eher sechs Produkte, damit man da immer über Nacht auch produzieren kann, aber an sich gutes Gebäude. Der Marmeladenkocher ist ja mit dem Süßigkeitenautomaten mit am längsten, deswegen würde ich hier auch sagen, mindestens fünf, Der Marmeladen dauern alle sieben, acht Stunden, das reicht vollkommen aus, da fünf Plätze zu haben. Eigentlich, ja ne, ich würde sogar sagen vier, weil das reicht eigentlich auch vollkommen aus, deswegen, also ob ihr jetzt mindestens vier, besser fünf, wenn ihr da vier Marmeladen reinmacht, dann seid ihr locker erstmal bedient damit. Beim Juwelier ist es so, da dauert auch alles ewig, aber, also, auch wieder solide zwei Stunden, aber ihr braucht den halt nicht so oft, weil man meistens nicht so viele Erz hat, deswegen würde ich hier sagen, auch eher vier, besser fünf, aber das reicht vollkommen aus beim Juwelier. Bei der Saftpresse geht alles schnell, allerdings bei der Saftpresse das Problem, die Produkte geben einem halt wirklich gar nichts, also, da kriegt man nicht viel mehr Geld für, es lohnt sich einfach gar nicht, da überhaupt was zu produzieren. Ich meine, wenn man wirklich auf Säfte geht und immer produzieren möchte, was ja auch gut ist, weil man kriegt ja auch XP dafür, dann sollte man hier schon auf neun gehen, aber von der Wichtigkeit des Gebäudes her, würde ich es halt sehr, sehr weit unten sehen und ich packe es jetzt mal in die neun, weil man, wenn man es wirklich macht, braucht man neun Plätze dafür, aber eigentlich ist es halt mit das unwichtigste Gebäude, also, eigentlich gehört es in die neun, aber auch gleichzeitig zum Müll, deswegen müssen wir es eigentlich zweimal hier. Im Webstuhl, da ist es so, macht man immer Baumwollstoff über den Tag verteilt und abends dann die Pullover und sowas und da sollte man auch schon mindestens sechs Produkte haben, damit man da gut aufgestellt ist. Ist jetzt nicht wichtiger als die Eismaschine, aber sechs Produkte, also sechs Plätze sollte man da schon haben. Jetzt kommen wir zu den Angeldingern. Bei den Angeldingern ist es ja so, mega teuer einen Platz zu erweitern. Würde ich maximal einmal machen, lohnt sich nicht wirklich, weil Köder brauchen wir jetzt nicht so oft und bei der Seilerei genauso, vier Plätze reichen da vollkommen aus, dann ist man gut bedient damit. Letztstand, da geht alles schnell, allerdings braucht man da richtig, richtig viele Eier für. Ähm, ja, ich glaube, ich würde es bei Fünfen packen, wäre auch eine Sechs würdig, aber wahrscheinlich eher Fünf, weil so viele Eier, die, ja, also von, wenn man wirklich immer unendliche Eier hat, dann wäre es eigentlich eher bei Sechs, wahrscheinlich sogar dann bei Neun, dann man immer dauerhaft produzieren kann, aber das Ding ist, das macht man meistens nicht, das ist so ein Gebäude, was halt nicht immer dauerhaft, läuft oder laufen kann, weil einem immer irgendetwas fehlt, deswegen würde ich es wahrscheinlich eher auf die Sechs packen, eine solide Zahl, damit man immer, wenn man was hat, reinballern kann und dann, ja, aber auch nicht direkt seine ganzen Produkte sich verfeuert. Nudelküche dauert alles lange, deswegen reichen hier auch locker fünf Produkte aus, damit man da, ja, das, da kann man einfach so easy fünf machen. Dann bei der Nudelmaschine, da ist schon wieder neun wichtig, weil da geht alles schnell, alles im Zehn-Minuten-Takt, besser als Saftpresse, weil wie gesagt, Saftpresse ist halt entweder neun oder Müll, aber Nudelmaschine, ganz, ganz wichtig. Der Kuchenofen ist ähnlich wie der Tortenofen, genauso wichtig, ich meine, es gibt Produkte, die dauern länger, aber, ja, ich würde den Tortenofen einschätzen, also mindestens acht, man kann auch sieben, aber es wäre halt maximal und dann ist man immer über die ganze Nacht gesichert. Beim Popcorn-Topf auch wieder neun, ganz wichtig, ähm, ja, vor der Saftpresse, hinter der Nudelmaschine würde ich sagen, weil da auch alles schnell geht und da kann man auch mal ganz gut mit arbeiten. In der Werkstatt dauert alles ewig, kann man auch nicht immer was produzieren, deswegen auch hier eine solide 5, das reicht auch hier vollkommen aus. Als nächstes die Konservierungsstation, auch hier dauert alles ewig, kann man gut drin produzieren, jetzt nicht alltäglich, aber, ja, Konservierungsstation auch ein solides Gebäude, aber 5 Plätze reichen da vollkommen. Salattheke gibt schnelle und langsame Produkte, Salattheke, ja, ist jetzt nicht so eines meiner Lieblingsgebäude, ich würde schon auf eine 8 packen, weil man da schon, wie gesagt, auch sehr gute Produkte produzieren kann, auch wichtige, die man auch immer Nacht haben müsste, deswegen auch von Hotdog Stand, wahrscheinlich auch, wahrscheinlich vom Blumenladen, aber das höchste Glück der Gefühle, deswegen hier 8 Plätze, weil man halt schnelle und langsame Produkte hat, dann über Nacht kann man da auch gut produzieren. Sandwichtheke wissen ja einige, da bin ich überhaupt kein Fan von, weil die Sandwichtheke halt auch echt schwierig ist, manchmal mit der Produktion hinterher zu kommen, dann fehlt dir Brot, dann fehlt dir Salat, dann fehlt dir dies, das, jenes, das ist halt so eine richtige Allround-Maschine, wo man alles für haben muss, aber meistens nicht hat, weil man dann die anderen Maschinen schon gemacht hat, aber nichtsdestotrotz, Maschinenmäßig geht hier alles sehr schnell, deswegen müsste man schon sagen, eine 8, ich packe es jetzt auch mal auf 7, weil die, ja, man braucht es jetzt nicht so häufig, die ganzen Sachen, auch wenn es mir schwer fällt. Dann der Soßenmacher, Leute, oder der Soßenmacher, ein eindeutiges 9-Produkte-Ding, er wird immer wichtiger, je höher ihr im Level kommt, deswegen ganz, ganz wichtig, den auf 9 zu haben, dann würde ich es sogar vor den Kaffee-Kiosk sehen, hinter der Bäckerei, also das drittwichtigste Gebäude aktuell, ganz, ganz wichtig da, alle Plätze zu haben. Sojasoße dauert zwar lange, 2 Stunden, die kann man immer über Nacht machen, aber alles andere, Olivenöl, Zitronencreme, so viele Sachen, die muss man einfach immer auf Lager haben. Wenn man dann im Webstuhl immer, die ganze Zeit Baumwurststoffe macht, dann hat man natürlich in der Nähmaschine ein bisschen Zeit und kann da auch ein bisschen was produzieren. Ich würde es genauso wie den Webstuhl sehen, das eine dauert länger, das andere etwas langsamer, deswegen geht das hier eigentlich voll klar, wenn man das auch mit 6 Plätzen abdichtet. Dann bei den Schmelzofen, die dauern natürlich alle lange und ich habe selbst bei meiner ersten Farm noch nicht alle Plätze bei den ganzen Öfen. Ich habe da bei jedem 7, 7 deshalb, damit ich immer da auch viele Erze machen kann. Ich habe aber lange, lange Zeit, auch bei meiner ersten Farm, immer mit 5 Plätzen, gefahren und das war auch wirklich, wirklich gut. Also 5 Plätze reichen ja vollkommen aus. Ich würde sogar sagen, dass ihr auf 3 einfach bei 5 macht und dann bei 2 weiteren einfach den Standard lässt. Ich meine, das ist einfach so eine richtig gute, solide Strategie, wo man dann immer viele Erze machen kann. Ich meine, besser ist immer gut, wenn ihr die Diamanten habt, dann macht das, aber es reicht vollkommen aus, wenn ihr so fahrt. Ich habe es, wie gesagt, ewig lang immer so gemacht. Komplettes Gegenteil zur Saftpresse. Also Saftpresse ist ja so richtig unnötig, aber Smoothie Mixer ist ähnlich, nur, dass man halt noch richtig gute Produkte dabei hat und die einem auch was bringen. Ich würde ihn bei 8 trotzdem hinpacken, noch ein bisschen weiter vorne hier als Sandwich, vielleicht auch sogar vor Torten, hinter Grill, weil so wichtig ist er auch nicht. Deswegen hier ein ganz wichtiger Platz für den Smoothie Mixer, da mindestens 8 Plätze. Suppenküche ist manchmal schwierig, weil man da auch so viele schwierige Produkte für braucht. Ich meine, es gibt Produkte, die dauern länger, die dauern kürzer, aber ich würde trotzdem mit einer 7 gehen, weil es einfach vollkommen ausreicht bei der Suppenküche und da man dann alles mal gut machen kann. Der Schmortopf hat aktuell nur 3 Produkte, deswegen gar nicht so wichtig, die dauern auch so 1,5 bis 2,5 Stunden. Ist okay, wenn man den mal ein bisschen hoch macht, aber muss man jetzt auch nicht so hoch machen. Ich würde ihn hier auf eine 6 packen, weil da hat man dann auch genug Plätze, um da alles machen zu können. Die Zuckermühle, ja was soll ich sagen, selbst beide Zuckermühlen. Die zweite Zuckermühle schaltet man ja ungefähr ab Level 70 frei. Ein bisschen höher, ich glaube Level 71 war es, bin mir gerade nicht sicher. Sehr, sehr wichtiges Gebäude, Zucker ganz, ganz wichtig, wichtiger als die Bäckerei. Ist jetzt wichtiger als die Molkerei, würde ich nicht sagen, ich würde es eher auf 2 packen und dann die zweite Zuckermühle würde ich hinter den Soßenmacher packen, dass man da dann, ja die eine Zuckermühle hier schon fertig hat und die andere dann ein bisschen später, ja die kriegt man sowieso ja später, die zweite Zuckermühle. Aber ganz, ganz wichtiges Gebäude, ja muss man einfach auf Maximum haben. Bei der Sushi Bar ist manchmal schwierig wegen dem Reis, weil man braucht immer 15 Reis und bei dem anderen, bei dem einen Sushi Gericht braucht man ja sogar 20 Reis. Deswegen der Reis wird es ein bisschen schwierig machen, hier immer viel zu produzieren, aber nichtsdestotrotz würde ich hier trotzdem mindestens sagen, dass man hier 6 Plätze haben sollte. Ist wichtiger noch als der Umlett stand, vielleicht auch als die, ähm, ja Nähsachen. Aber nicht so wichtig wie die Eismaschinen, deswegen hier Sushi Bar, so mit 6 Plätzen, schon sehr gut. Die Taco Küche hier mit 4 Produkten, jeder dauert ungefähr eine Stunde. Nicht so wichtig, die Produkte braucht man auch echt selten mal. Also die sind richtig scheiße, die Produkte, die Aufgaben löscht man meistens sowieso. Ich will jetzt nicht sagen, dass man das machen sollte, aber, ja, also von der Stunde her müsste man eigentlich schon sagen, es muss mindestens 7 haben, aber von der Wichtigkeit her wäre es eher so eine 5. Ja, wir packen es auf der 6, kann ich nicht richtig einordnen, also mindestens 6 sollte man schon haben, damit man immer so ein bisschen was produzieren kann, aber auch hier braucht man Käse und sowas. Ist halt nicht so einfach, aber, ja, was ist schon einfach, ne? Teestand geht alles schnell, Teeblätter ist das einzige Problem, was man hier hat, aber nichtsdestotrotz muss man hier trotzdem, ja, ich würde schon sagen 9 Plätze haben, weil das ist schon wichtig, besser als die Saftpresse natürlich, deswegen hier, aber nicht besser als der Grill. Ne, wir tun es doch auf 8, weil er ist so hinter dem Grill, 8 Plätze, da ist er glaube ich gut aufgehoben. Als nächstes das Waffeleisen, ist genauso wie der Omelettstand, man braucht viele Eier, es geht alles schnell, aber man müsste halt trotzdem schon mindestens, ähm, 6 Plätze haben, weil es dann alles so schnell geht, wenn man genug Eier hat, natürlich besser, mehr Plätze, wie der Omelettstand, ich finde es auch besser als den Omelettstand, weil das Waffeleisen sieht besser aus. Wokküche geht auch alles schnell, kann man aber leichter produzieren, deswegen hier eine solide 7, müsste man schon da haben. Die Maschine dauert alles länger, wie die Wokküche, auch nur 4 Produkte, ein bisschen schwieriger, deswegen würde ich sagen, eher 6 Produkte, das reicht vollkommen aus hier, ähm, wichtiger, ja, vom Wichtigkeitsgrad her würde ich es ungefähr so hier einordnen, weil die Produkte sind schon geil, und man kann es auch gut machen. Vorletztes Gebäude, die Haferbreitek, ist natürlich grausam, 3 Produkte nur, 2 davon sind Horror zu produzieren, und 1 davon kann man dann nicht immer produzieren, deswegen ähnlich wie Blumenladen, ähnlich wie Hotdogstand, und ähnliches, ähm, aber durch die 3 Produkte macht es natürlich ein bisschen weniger, deswegen würde ich hier auf die 7 packen, weil es ja nicht so wichtig ist wie, ähm, Klotsche, Blume und Tofudog, aber trotzdem ein wichtiges Gebäude. Das letzte Gebäude ist noch das Öllabor, das kam ja im letzten Update dazu, auch eine 9 auf jeden Fall vor der Saftpresse reinpacken, weil geht alles schnell, ist alles easy, ganz, ganz gutes Gebäude. Und das ist meine Rankinglist zu den Gebäuden. Habt ihr eine andere Meinung zu den Gebäuden, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare, was würdet ihr sagen? Würdet ihr Saftpresse doch eher auf Müll packen, oder würdet ihr doch irgendwo woanders hin machen? Deswegen, schreibt es mal in die Kommentare, denke ich an den Creator Code, danke fürs Zusehen, haut rein, tschaui. und dann schreibt es mal in die Kommentare.